ok 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 mini katan hallöchen alles in ordnung alles in ordnung alles wunderschön wir gucken uns jetzt einfach wir schauen uns jetzt gemeinsam twitch clip germany an wenn es gleich zu laut oder zu leise ist schreit einmal dann mache ich lauter leise hauptsache anders das recht zum glücklich sein ich bin gespannt wie wir gucken rein ich freue mich die hat eine sehr angenehme stunde hallo man sollte den scheiß nicht mit kohlen kohlenhaltig kohlenhaltigen getränken kohlensäure kohlensäurehaltigen getränken aber ich kenne das auch ich kann das auch da fallen mir einfach irgendwelche wörter nicht ein schlimm das nicht so wie du und hallo ich kann mir nicht vorstellen dass es auch nur ein lesbisches pärchen anfang 20 gibt die monogam zusammen sind in einer restaurant doppelter sound schaut mal ob jetzt immer noch ein wild fremder 30 jahre älterer ein bisschen komisch aussehender kellner kommt mit dem sie noch nie zuvor gesprochen haben und sagt kann ich mit euch sex haben und die beiden frauen sagen ja natürlich kommen mit uns passt besser okay jetzt nicht mehr okay wir haben zwei und natürlich haben wir doppelt ist weg okay alles super sehr schön der keller hätte mit mir seinen letzten arbeitstag gehabt ich habe das so nebenbei mitbekommen dass die problem hatten das ist unmöglich das ist aber ein solcher idioten gerät sie halt leider immer wieder ich hoffe halt dass irgendwann mal auch sie dazu lernen das passiert nicht doch ich hoffe dass sie dazu lernen definitiv nein da sind leute da sind leute was ist das für ein süßes spiel das spiel ist ja super süß und warum hat der konfetti bei sich gott ist das niedlich nein ich habe doch in die richtung feuer von der minute gekommen was macht er wie machen die das und das ist schon sehr sehr geil also das coole ist die jogginghose ich werde sie mir kaufen weil für zu hause und ich möchte auch so eine katze haben also die war ja voll niedlich weil wir gehen weil man sagen also ich habe mich halt super mit meiner lehrer verstanden ja im wird da passiert sowas schon mal ollie hat eine allergie gegen katzen immer noch man so ein scheiß bringt bestimmt glück bestimmt wo uns das aktuell reduziert auf sie ja ich habe es noch gar nicht geschafft mich darum zu kümmern ich weiß noch gar nicht was für den geburtstag stream machen ich glaube mittlerweile dass also ich würde sagen den geburtstag stream wir machen erst mal keinen zwölf stunden stream sondern schauen erst mal ganz entspannt machen uns einfach einen coolen tag ich weiß aber noch nicht mit was in die genaue planung gehe ich noch wenn ich ein bisschen mehr zeit dafür habe tippie toppie ne oder ein moderner auto und verpiss dich aber ich helfe dir okay wie wäre es mit mount your friends was smart for your friends ich habe dich gerettet fertig gemacht haben, dann gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Clip Twitch. Clip Twitch. Clip Twitch. Clip. 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 Clip Twitch. Alter, das ist ein Zungenbrecher! Clip Twitch. Clip Twitch Germany, ja. Clip Twitch Germany. Gott. Ah, schön. Okay, das ist das Spiel mit den... Ach, mit den nackten Männern, wo man Türmchen bauen muss. Das wäre eine Maßnahme. Ich würde jetzt aktuell kein Geld in weitere neue Spiele reinnehmen, sondern erstmal diesen Monat ein bisschen geschillt mit dem, was wir haben, einfach gucken, dass wir damit was Schönes machen. Und ich sehe gerade, mein linker Bildschirm flackert die ganze Zeit. Drückt jetzt die Daumen, dass der jetzt nicht nur eine Biege macht. Dann mache ich ein Rage-Quiz, wenn das passiert, dann ist es vorbei. Aber ich hoffe, ihr seht, ne, ihr solltet es eigentlich gar nicht sehen, weil es ja mein Bildschirm ist. Aber in unregelmäßigen Abständen, nicht mal in regelmäßigen Abständen, sondern in unregelmäßigen Abständen, flackert der einfach weiß, dann direkt schwarz? Guck mal mal. Schau mal, schau mal mal. Drückt alles, was ihr habt. Ja. Das wäre ganz gut. Sonst weinig. Das will keiner von euch. Und Olli auch nicht. Und Einhorn nicht. Ne, nicht. Uh. Ich esse Banane dann so, als wäre es ein Milchshake. Das ist ganz schwierig. Okay. Ich glaube, jetzt artet das aus hier. Ja, Nadine hasst das auch. Ich muss das dann auch echt immer in einem anderen Raum machen, weil ich beiß ein Stück ab und drück das durch meine Zähne, vorwärts, rückwärts, bis das wie so ein Milchshake ist. Also wirklich püriert. Das ist ja super freudig, Alter. Es ist super geil. Das stimmt mit Paul nicht. Warum püriert er sich das dann nicht und macht sich halt Milchshake draus? Warum? Oh, bäh. Uh. Also ich esse ja Banane nur, wenn sie halt grün ist. Das ist so. Uh. Nee. Eklig, eklig. Schau ins Team. Was? Ach. Mach wieder. Spielst du mit? Spielst du mit? Ich brauche dann Freunde, die das mit mir spielen. Das ist das. Wenn du mitspielst, Wäuschen. Dankeschön. Einmal vielen, 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 vielen Dank. Lass uns nackte Männer stapeln wieder. Ja, sicher? Oh geil. Warte mal. Dann mache ich mir mal einen Plan. Also nicht einen Plan, sondern Ideen sammeln für den Geburtstagstift. Stift. Der. Okay. Ja. Wirt, du machst nicht mit. Du holst deine Katze. Du hast andere Termine. Siro loben. Ja, super lieb. Dankeschön. Und. Ja. Oh, ich höre gerade Olli was essen. Ich habe doch vorhin gesagt, dass ich nicht mal Zeit hatte, was zu essen. Jetzt hat er sich was zu essen gemacht, aber nicht an mich gedacht. Das ist jetzt gerade richtig traurig. Okay. Und, äh, Worms. Okay, da haben wir schon mal zwei Spiele. Achso, nee. Das kommt da an. So. So. Gehirnbeschwerdigt. Nee. Nee. Da bin ich zu stolz für. Da bin ich zu stolz für. Wir gucken weiter. Ja. Ich meine jetzt kommst du und dann kommst du und dann kommst du weg. Wir sind auf der Pflanze. Also, du auf der Pflanze. Ja. Ha. 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 Das hatte sich, Oli, das hatte sich eben so angehört, als wenn du, äh, als wenn du schon gegessen hattest. Jo. Dankeschön. Ich hab was zu essen bekommen. Okay. Ich bin, ich bin gut. Der Wirt stapelt jetzt mit. Der Schwirt hat keine Zeit. Der Wirt hat am neunten keine Zeit. Ha. So. Super Oli. Super Oli. Eine Wasserkühlung in mein Rechner einzubauen. Und dir wird plötzlich klar, dass diese ganzen neuen Schmetterlinge, die du hattest, jetzt so große Raupen sind. Mit solchen Zähnen. Und sie erinnern dich so ein bisschen an... Penis. Ja. An die Stroh. An was? Penis. Ähm, also du hast jetzt quasi Raupenpenisse mit Zähnen an deinem Hand hängen und in deinen Innentaschen. Raupenpenisse mit Zähnen? Was ist denn hier los? Geil. Und das kommt von dir jetzt auf... Bin ich bereit? Ich... Äh, halt, halt, halt. Es ist ja echt schon die halbe Zeit vorbei. Moment. Eigentlich die ganze. Die halbe? Nein, 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 nein. Ich muss hier noch, ich muss hier noch, ich muss hier noch... Und ein Ende. Nein, nein, nein. Ich warte nicht. Oh, was ist... Warum hab ich keine Zeit? Du hast am Samstag, den neunten, was Besseres zu tun wird. Geh nochmal in dich, in deinen Terminkalender und guck nochmal. Schweinebacke! Schaffte nicht, oder? K.O. K.O. Euer Heli. Was ist denn Helios aus? Ja, und tot. Ich liebe es, anderen beim Erschrecken zu zusehen. Ja. Du hast nur 10 Zuschauer. Nee, ich hab 1084. Ja. Und in Stream Element sagt er mir, ich habe 2371. Was? Ich hab zwei... Warte mal, bist du noch... Bist du noch mit meinem eingelaufen? Weil wir stehen... Mia! Oh mein Gott! Und bedank mich hier bei Subs, die gar nicht bei mir gesubst haben, du... Ach so! Hä? Schon dein Ticket? Und ich denk mir so... Hä? Dann setz ich euch jetzt mal runter. Und ihr versteht, wie lebt das sogar über Paul bei Juli... Ah! Ah! Gut, gut! Der mit Papagei... Boah, nein, 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 nein! Schön! Jo, da war ein Hase! Da war ein Hase! Da war ein Hase! Ich bin weg! Oli zeigt mir auch manchmal seinen Hasen. Aber ich reagiere da anders. Du, Leute, alter! Leute! Alter! Gibt's eigentlich Fallschaden? Ja! Cutter! Ich dachte, der würde dann... Okay, also ab dem gewissen Zeitpunkt, wo er richtig ausrastet, rastet er richtig aus. Kenn ich! Das machen wir nachher! Okay, pass auf! Okay, pass auf! Wenn... Wenn Gronkh... Wenn Gronkh... Für Gäste kocht... Sind die dann im... Restaurant Gronkh? Das geht ja schlecht! Warum klopft es? Hä? Hast du gerade geklopft? Hä? Warum klopfst du denn so...? Die ist immer so süß verpeilt! Ach so, es ist direkt stehen geblieben! Ja, nice! Es hat sich aufgeht! Moment, ich höre gerade Oli im Hintergrund. Ich mache mal die Tür zu. Moment, Moment, Moment! So! Deswegen auch loskitten! Das stimmt! Aufgehangen! Schön! Ach so! Okay, wir spielen, äh, English. Ich dachte, das ist irgendwie stehen geblieben. Da kommt jetzt noch irgendwas oder so. Oh mein Gott, ich habe es gar nicht gecheckt! Fabi, hallo! Loli, hallo mein Lieber! Oh, er hat mich gerade so mies übersehen! Oh Gott! Guck, mein Herz, Hilfe! Eine Gummi-Handpuppe! Ist der ein bisschen... Ist der ein bisschen bekloppt oder so? Ja! Wieso hat der da eine Gummi-Handpuppe? Kannst du mir das verantworten? Nö! Keine Ahnung! Ich wollte euch einfach mal Danke sagen und euch dieses Lied vortragen Egal ob gut oder schlechte Tage Ein Gefühl von Gemeinschaft, das ich in mir trage Ach, wie süß! Einem im Jahre neunzehnhundert neun... 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 Ich bin einfach der geborene schlaue Mann Oder auch nicht! Aber Darsus läuft gut, ich bin erst neunmal gestorben, also ich bin stolz! Zehnmal! Ich ergötze mich an den Leid der anderen! Auch an seinem! Ist doch schön! Kann ich dich ganz gut stören? Was ist denn? Ja natürlich! Erstens hat jemand ne Sauerstoffflasche für mich, weil ich sterbe gerade! Was ist denn? Äh... Geht mit raus! Hallo? Gut! Boah, ist das schlimm! Aber Darsus ist gar nicht so schlimm, wenn das Ei geopfert wird, oder? Es ist schön, andere Leiden zu sehen! Und folgendes ist passiert... Und folgendes ist passiert... Und folgendes ist passiert... So sah das doch eigentlich nicht aus! Ist das an dem Spiel mitentwickelt, oder? Sieht aus wie... Wie die Amos-Jut-Pack! Okay! Was für das? Aufgabe den Charakter... Ah, ich muss meinen Kopf auch aufsetzen, sonst sehe ich nichts! Was? Ich hab hier irgendeinen Hinweis! Oh mein Gott! Der Katong ist zerbrochen gerade! Oh mein Gott! Die Katze hat sich wohl erschreckt! Und ich erst! Drecksack, Alter! Was? Und hallo Raider! Da muss ich Alex aber zustimmen mit dem Flow! Ja, mein Gott, drei Leute! Ich zieh den Alex nur immer gerne aus! Äh, ähm... Damit auch! Altener Drecksack! Finde ich gut! Mach ich auch oft! Aber mit euch! I just... I just love it so much! Scotty! Der Typ! I don't feel so good! Ich hasse euch dafür! Ich hasse euch echt dafür! Also! Auf Nuno, ne? Ja! Ja! Aber ohne Scheiß! Ihr leitet mit Chat! Boah! Steck! Steck! Schöne Mund! Bäh! So ein Dick steckt mir in der Nase! Ihhh! Schön wäre manchmal, wenn man einfach pro Foto, was gemacht wird, pro Video, was all die Leute machen, die hier so über den Tag umgerannt sind, 50 Cent kriegen würde. Oh, fuck! Ich muss ihm... Ich muss ihm kurz 50 Cent geben! Ja, die 50 Cent kriegt er! Wir sind auch schon in Berlin aufgetrieben und dann... Wir kriegen auch 50 Cent! Was ist das für Trommel? Ja, das steht ihm natürlich zu! Wie, der dreht sich jetzt um! Ah! Holy Shit! Oh Gott, der Arme! Ich brauche immer... Ich brauche immer was zwischen den Beinen, wenn ich schlafe! Dankeschön für ein Follow! Schwierige Aussage, sehr interessant! Oh Mann! Ich bin noch nicht ganz hinter gestiegen, die VTuber? Wie heißen die? Die mit den Avataren? Ich... Ich... Weiß nicht! Das... Da komme ich nicht so ganz hinter! Äh... Meine ich auch gar nicht böse, sondern ich komme da einfach nicht ganz hinter! Schaut einer von euch die? Ich habe die noch gar nicht angeschaut! Deswegen... Ich sollte mir vielleicht einfach mal die Zeit nehmen, um da mal einen Eindruck zu bekommen! Von daher... Äh... Frage! Primo! Hallo! Einen wunderschönen... Falztraff! Oh Mann! Aua! Und da haben wir die... Da haben wir Siscon LP! Sehr gut! Der Bärtige... Der... Witcher-Cosplayer, der ist völlig vermasselt... Wie immer eine Blondine mit dabei... Eine, die sich... Die ganze Zeit an den Nägeln kaut... Und so... Und... Eine... Blauräutige, die... Nur trinkt! Ich werde die Trinkende! Hallo! Bin ich nicht wunderschön? Cute, oder? Ne? Und wenn du ein kleines... Licht am... Streamer-Himmel bist... Dann... Sei dir... Doch letztendlich gewiss... Dass du auch mal... Wenn du wieder Scheiße baust... In den Twitch-Clips Germany Video landest... Und dich dann sieh's auch... Jetzt kommt die Drille hoch... Ui! Dann war die Bandscheibe... Mhm... Ja... Ja... Oh, Gemini! Richtig die Bandscheibe! Ah, der arme Kerl! Haki, hallo mein Liebe! Da oben hängt einer! Hm! Was war das denn? Was mit dir? Ist er im Rollstuhl oder im Auto? Was geht mit ihm? Telle Fragen... Äh... Bei dem Gesichtsausdruck von Suki war ich mir auch kurz nicht sicher, ob sie sich übergeben will oder ob sie niesen muss. Ich kann... Ich kann diese Gesichter noch nicht so richtig deuten. Flo, alles gut? Ist mir jetzt gerade was runtergefallen oder nicht? Du suchst da irgendwas! Chat, ist mir gerade was aus dem Mund gefallen oder nicht? Also ich... Aus dem Augenwinkel sah's so aus, ja! Ja, aber... Hat Flo gerade Zähne verloren, können wir das kurz klären? Es ist nicht da! Hä? Hä? Aber nur ein Salat! Das geht ja Klingua! Und jetzt streiche mich. Du weißt wo. Der Klingua, nein! Manchmal frage ich mich, was stimmt ihr nicht? Oder finde ich es aber auch wieder gut? Oh Gott, schön. Wie lange brauchst du, um da rein und hinterher wieder rauszukommen? Es raus geht schnell, das Reine ist halt hart. Und dann haben wir es da oben getan. Und dann hatte die aber ihre Periode und die hat mich komplett voll geblutet. Ja, was soll ich sagen? Also ich wusste das nicht als Junge. In dem Alter war mir das nicht so bewusst und ich dachte, what the fuck, die stirbt. Oh nein! Die stirbt auf mir und es war alles voll. Ich war komplett rot. Der Bauch, alles. Hey, wie blutet die alle? Die war richtig am Bluten. Oh Gott, wie schrecklich, wenn du vielleicht, ich weiß jetzt nicht gerade, also wenn er vielleicht zum erstes Mal oder so, wenn du denkst, sie stirbt? Oh Gott! Abonniert, sie kennst sie Germany! Der Schluss hat mich gekriegt! Der Schluss hat mich gekriegt! Oh Gott! Wieder vielen, vielen, vielen lieben Dank! Das hat super viel Freude gemacht! Lasst auch bei Twitch-Clip Germany ein Däumchen hoch da und schaut euch das Ganze nochmal an. Es war gut. Immer wieder. Eiei, Mini. Eieiei. Toller Fehler. Das ist ein schöner Name.